Tagtäglich wird Ihnen präsentiert von Guido Coiffeur, haargenaurichtig. Und von Heussermann mit dem neuen Volvo V40. Hey a Volvo, hey a Heussermann! Rettelgang einlegen und Vollgas aus der Sackgasse. Mit einer Volksinitiative soll die Annahme der Masseninwanderungsinitiative vom 9. Februar rückgängig gemacht werden. Damit wollen Hochschulprofessoren, Politiker, prominente Sportler die bilateralen Verträge retten. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Tag täglich. Diese Initiative ist ein Stich ins Westbidest. Muss die Schweiz aus einer politischen Sackgasse befreit werden? Oder rütteln die Pläne eher am Fundament der direkten Demokratie? Bleiben Sie 20 Minuten dran und Sie haben die Antwort auf diese Frage. Nämlich mit meinen Protagonisten herzlich willkommen. Christian Blocher, SVP-Stratege und ehemaliger Bundesrat. Ich heisse ebenfalls herzlich willkommen Thomas Geiser. Er ist Mitinitiant und Professor für Arbeitsrecht an der Universität in St. Gallen. Herr Geiser, sind Sie ein schlechter Verlierer? Haben Sie immer noch Magenkrämpfe, zehn Monate nach dem 9. Februar? Also ich habe weder Magenkrämpfe noch bin ich schlechter Verlierer. Aber die Schweiz hat sich da in ein Problem hineinbegeben. Wir haben die bilateralen Verträge, die über dieses Volk abgestimmt hat, dieses Volk angenommen hat. Wir haben jetzt die Initiative mit diesem Text in der Verfassung, der gewisse Sachen verlangt, die diesen Verträgen widerspricht. Und diesen Widerspruch muss man auflösen. Und da muss das Volk unter Umständen halt die Möglichkeit haben, nochmal darüber abzustimmen. Aber Herr Professor, wenn ich eine Stunde nach Ladenschloss noch ins Shoppingcenter hinein will und Täubeln und Stämpeln an den Eingangstüren, es nützt nichts. Es war Ladenschloss. Und da war Ladenschloss am 9. Februar. Das ist aber bei einer Volksinitiative nie so. Es ist so, dass das Volk immer wieder abstimmen kann. Und es gibt x Fragen, die das Volk mehrfach abgestimmt hat. Zum Beispiel auch das Frauenstimmrecht hat mehrere Anläufe gebraucht. Also Sie sagen, Stetatropfen höhlt den Stein. Man kann auch gescheider werden in einer Demokratie. Also einerseits kann man selbstverständlich immer gescheider werden. Aber es ist auch ein anderes Problem. Wir haben die Verträge, die die Schweiz sich verpflichtet hat. Und wir haben die Verfassungsbestimmung, die jetzt dem widerspricht. Jetzt hat die Politik den Auftrag, das Problem zu lösen. Und das wird sie meines Erachtens nicht schaffen in der Frist, in der die Verfassungsbestimmung voraussetzt. Nämlich in diesen drei Jahren. Und dann müsste der Bundesrat eine Verordnung erlassen, in sehr undemokratisch.